...Geschafft! Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich... Bruder, Vorsicht! Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Walter, lass ihn gehen! Nimm mich dafür! Ich tue, was immer du brauchst! Sei still! Die ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich! Aber du bist nutzlos! Offenbar ist der Junge der Schlaue! Ah! Ah! Nein! Das Tor ist kaputt! Das war unser Weg nach Jönkei! Ah! Du dämlicher Hurensohn! Verschwinde, Junge! Yeah! Unbedingt, Kleiner! Lauf weg! Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun! Ha, ha, ha! Oh! Oh! Lass los! Ruhe, Junge! Du bist noch nicht so weit! Ich bin bereit! Oh! Junge! Papa! Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst! Ha, ha, ha! Ah! Ah! Oh! 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 Dein Vater hat recht, Junge! Du bist längst nicht so weit! Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Oh! 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 Danke! Oh! 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 Weißt du nicht, wann es genug ist? Bleib weg von meinem Sohn! Oh! 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 Schwach! Ihr haltet mich nicht auf! Ich mach dich fertig! Warum sterbt ihr nicht? Ja! Ich weiß es nicht! Ich muss auf der Haut gehen! Überein! Äh, das ist kuss! Ich versuche keine Ahnung! übergeräusche Höreh! Ich bin die Ahnung! Sieh! Ich bin die Ahnung! Jaaah! 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 Wer hat die Brücke aktiviert? Hey, ich habe dich etwas gefragt! Zu spät! Das Ziel ist bestimmt! Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überräumt! Es ist vorbei! Wirklich? So sei es! Ach! Nein, Dill! Nein! Hör mir zu! Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn! Du weißt dich meines Ernst! Was hast du getan? Sie sind besser! Sie sind gut! Sie sind gut! Sie sind gut! Ucht? Junge! Ich bin hier! Beweg dich nicht! Hilfst du mir jetzt mal? Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Das war's. Bis zum nächsten Mal.